Hallo und jetzt kommt NIRZ zur weiteren Folge. Hier war IKOS Beta 5. Ja, ich sehe gerade aufwerten, geht es doch nicht. Wahrscheinlich brauche ich noch eine Werkbank und zwar die Bank für Steinmetz arbeiten. Ja, da brauche ich Nägel, 120 Stück. Sorry. Und was noch? Seile. Für Seile braucht man Faser normalerweise. Für Eisen, Nägel. Da haben wir jetzt was bei. Ich nehme mal Eisenbahnhaus 20. Und ich werde mal hier die Knochen und Leder rausnehmen, oder? Ja. Dann seile soll er aus Dingswerfsteller aus Faser, nicht aus Leder. Knochen kann ich auch rausnehmen. Ob wir vier noch nicht reinkriegen mehr. Macht aber nichts. Das Fleisch haben wir zur Kohle machen. Verarbeiten. So. Seile. Brauche acht Stück. Geht das? Gut, wir sollen den Hammer legen wir hier zurück. Beziehungsweise werden wir einfach eine Kiste bauen. Das kann ich rausnehmen. Dafür nehme ich den Hammer da rein. Fasern. Den Bauch raus. Für Seile. Ich wollte mich gerade rausrennen und eine neue machen. Also neu holen. Ist ja dann Unsinn. Acht Stück. Acht Stück. Acht Stück Fasern. Dann brauchen wir Nägel. Nägel wollen wir darstellen. 16 haben wir. Ich brauche 120. Oder haben nur 12 gebraut. Ist ein Hammer. So viel brauchen wir dafür. Hier. Wo geht man immer ein Stückchen. Immer zwei raus. Mal gucken wir uns. Bis das am kriegen. So. Dann brauchen wir noch. Holz. 12 Seile. 12 Seile brauchen wir. 12 Seile brauchen wir. 12 Seile brauchen wir. 12 Seile herstellen. 5. Oder weil ich da nicht mit dabei war. Das kann auch sein. so sehen. Dann noch 5 dazu. So. So. Ja. 96...dürfte reichen also... das wird natürlich äußerst knapp ganz fast zurück, weil dann müssen wir uns zur Höhle zurück um Eisen holen also Nägel. Nägel bin hier gestört. Ah, ich habe genügend Nägel. Mehr wie 200 Nägel haben jetzt, das reicht. So, Nägel haben wir jetzt auch. Die brauchen noch Leder und Holz. Leder haben wir da draus gelegt. Und da haben wir Leder. Holz. Erstellen. Können wir auch eine Eisentür herstellen. Versteckte Türen, aber das machen wir erst mal. Wenn wir die haben, so können wir die Wände herstellen. Wahrscheinlich kann man dann entsprechend aufwerten. Stellen wir hier mal so hin. In die Ecke rein. Wir können herstellen. Pfeiler. Pfeiler. Wände. Dann brauchen wir mal vier Nägel. Aber gut, ich glaube, wenn man herstellt und wir immer Steine holen. Die Steine hier vorne sind immer geärgert. Die stehen mir hier im Wege. Der Seine ist Eisen, der ist ja so wichtig. Wir müssen nicht so lange ein Eisen abbauen müssen. Ja, aber alleine spielen wir. Das dauert auch ein bisschen länger. Ja, ne? Bevor ich so wüsste die rumkomme. Pint, calf and map, M. Ja. Scheint die Höhle da um. Ich muss ja wieder raten, ne? Der Teil wird Englisch noch nicht fertig auf Deutsch. Ja, bald steigen wir ein bisschen auf. Arbeiten heißt aufleveln. Der Höhle. Geput. Wir haben einen Sturm. So, brauchen wir das erste Mal Wände. Drei. Drei Wände. Ich bin Durst. Jetzt muss man nächstes Mal mal so eine Wasserflasche besorgen. Das ist ja nicht normal. So, Steine. Steine. Wir haben jetzt drei hergestellt. Also Steine und. Brauchen wir noch. Nägel. Die wollte ich herstellen. Und dann kann der Durst. Da ist noch nicht mehr viel da. Na, mal sehen. Ey, du bist Gold wert. Du warst teuer. Das ist die typische Taste mit dem Q drücken. Ach so, Reparatur Hammer. Ja, gut. Okay. Den. Stein. Wände. Wichtige Wände an der Decke normalerweise. Wände machen wir mal drei. Probieren. So. Dach. Stein. Stein. Wenn wir recht machen. Mal sehen wie es mit Aufwerten geht. Weiß ich noch nicht. Sonst müssten wir den Rand wegreißen und die neue Installation. Wird auch gehen. aber es wird sich finden kräften kommen sechs dächer ich fange mit der wende an dann müsste ich mir den Messerbesen den mal rausnehmen den anderen muss ich hier raus holen den Aufwerthammer dann wollte ich hier wo das Dach drauf liegt erneuern warum geht das nicht ich hab ne da gehts hin den anderen ey böse Junge Stehe ich nicht. Wer ist heile? Ich kannte das auch nicht. Tja, da nutzt alles nichts, da müssen wir umbauen und zwar wie früher. Wand gebaut. Gut, fangen wir hier vorne an. Über die Wand. Fetze vergessen. Ich wollte nur zurück gehen. Da muss ich operiert werden. Das Dach können wir noch machen. Und das war's. Zumindest erstmal die... Da ist zum Glück kein... Okay. Felt da. Felt da. Felt da. Dann muss ich mal ganz kurz... Wir haben wir austauschen. Weil es mal gesund nicht geht. Wahrscheinlich muss es auch leeren. Kann auch sein. Dann war noch die Wand hier. Dann war alles reparieren. Gut. Nägel. So. Wir kriegen mal pro Stück immer 10 raus. Okay. Dann war's okay. Zusammen geht's einigermaßen. Ich bekam schon Angst, dass das nicht so ist. Aber geht auch schnell kaputt, ne? Schön dunkel. Schön dunkel. Nicht schön. Die Spitze noch. Die Wand noch. Und dann haben wir es. Und dann habe ich auch noch eine Wand gezogen. Naja. War keine Absicht. Naja. Ich bin leveled. Talentpunkte. Und Entwurfpunkte. Da können wir das bauen. Naja. Ich bin leveled. Ich bin leveled. Aber aktuell. Das lasse ich noch ein bisschen. Wenn das geht's ja noch nicht. Dauerstoff geht zu neige. Das kann man nicht da liegen lassen, ne. Dach. Gut. Das wäre fertig. Weil ich würde das meist am Dach herrücken würde. Aber ich würde es noch machen, wir würden noch drei so eine Däcke herstellen. Drei so eine Schräg, was brauchen wir dafür? Holz. Das haben wir hier. Noch haben wir es da. Und dann würden wir Holz machen. Das kann ich ja nachts machen, wenn ihr nicht dabei seid. Das ist nämlich jetzt schräger drei Stück. Muss ich kurz mal die Sache... Wo ist das? Achso, hier drin. Na. So, mal umwandeln die Dinger. So. Neun. Null. Da ist der kaputt. Der muss kaputt sein. Fünf. Nö, ist heute. Gibt's da nicht. Gibt's da Anlag? Glaub ich eher nicht. ich habe das verkehrt gewählt so das dach wäre clean das holz macht aber nix so wenn du noch das hat auch schon heute gewesen sein ja jetzt noch holz abbauen und dann weiter aufbauen tschüss tschüss tschüss